und meine richtung ich glaube die meisten wissen schon ungefähr was ich vorhabe hier so das würde ich auf jeden fall aufbauen weil ich dann auch brauchen sehr schön kommt schon geht weg also gar nicht genau ich weiß so ungefähr wo wir sind aber an der stelle ja war ich auch noch nie also so ist es nicht ich kenne mich jetzt hier nicht aus oder so an der stelle ist auch glaube ich ganz gut wäre sonst sehr unfair ich versuche mich hier gerade irgendwie vor dem bahn zu verstecken und schleiche die ganze zeit rum ich hoffe es bringt etwas ich versuche weiter auf die bäume einzuschlagen weil naja mehr chance habe ich eh nicht so problem ist ja glaube ich in einer kommt dann kommen sie alle das ist ja ja jetzt hat sich die horde bei mir hier aufgehangen so wie das aussieht und das hört sich gut an ich meine es wird sich wirklich gut an war ist der vorteil für mich wenn du blockiert dich dann ist das ja ist ja nicht irgendwie so dass wir uns jetzt gegenseitig deswegen irgendwie hassen oder so aber es ist jetzt trotzdem so weibelspiele gegeneinander und da müssen wir schon aufpassen oder war gerade irgendwas ich mache hier mal das da und drüben mach ich mal mehr kommen wenn es jetzt noch ein oder zwei von den füchern wären ok aber so eine ganze plattoye von fünf mann das ist ja dann doch schon immer so kann man durchlaufen aber kann ja durchlaufen okay das wusste ich gar nicht ich glaube da ist gesehen zu haben ich bin gerade ein bisschen paranoid möchte man meinen was ich gar nicht warum ja ich glaube auch um diesen gestochener so ja es wird auf jeden fall also das kann gut dann können wir die folgen natürlich nicht ab und an kündigen das wird natürlich ein bisschen aber können ich kann eventuell auch versuchen so vielleicht so ein kleines wenn wir die ab und zu mal ein bisschen anhitten dann funktioniert das sicher auch so wenn ich jetzt nicht mehr wenn ich hab gerade auch früher eingeschlagen ach schade so er liegt die wir die warboren und schade schnauß so wie ganz schön es ist dunkelheit und Ja, weil die Nächte dauern ja auch so lang, ne? Ja, man hat halt auch einfach gar nichts. Aber ich glaube, wo ist denn der Mond mittlerweile? Ich sehe nicht. Äh, ich hätte gerade die geniale Idee für ne Base, muss ich gestehen. Wäre aber mega riskant. Kann ich dir, ich sag's dir jetzt einfach mal, weil ich hab die Base nicht da. Du könntest theoretisch ne Base in einer der Höhlen bauen. Problem an der Sache ist natürlich, dass du da wahrscheinlich ständig von Barbaren angegriffen wirst und von Superviechern. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist auf der einen Seite erst mal die Höhle zu finden, ne? Ich mein, es gibt ja einige. Ja, gut, das auch. So direkt, wo die sind, weiß ich auch nicht. Oh nein. Ich schaue die ganze Zeit, ob ich irgendwie Viecher sehe, aber... Ja, ne, ein paar von denen tragen ja... Was? Ein paar von denen? Wunderbar. Ein paar von denen tragen ja Taschenlampen am Kopf. Ja, das sind die, das sind die Anführer. Genau. Mit denen solltest du dich nicht unbedingt anlegen. Geht's hier. Ich hab irgendwo schon wieder so Taschenlampenzeug gesehen, deswegen... Da unten. Oder da hinten. Ich kann das hier aber nicht einschätzen. Also wenn du hinten von vorne nicht unterscheiden könntest, würde ich das verstehen. Aber wenn du unten von vorne nicht unterscheiden kannst, dann... Ja, das ist so schlau... Jetzt... Oh scheiße, da sind schon wieder da die Nächsten. Er hat das Gefühl, ich kann hier nur von zum Barbaren umgeben, ey. Hat's bestimmt genau neben so'n Barbaren-Dorf niedergelassen oder so. Und wundert sich jetzt, warum das passiert. Ja, das ist das... Jetzt sollte ich mich, wenn's Tag ist, hier mal genau umfahren. Das ist ne gute Idee. Wie lang dauert's noch bis Tag? Sollte nicht mehr so lang dauern, glaub ich. Ich weiß nicht, wo der Mund aufgegangen ist und wo runter geht. Ich hör die Viecher hier die ganze Zeit schreien, weißt du? Ich muss sagen, ich hatte noch keinen. Scheiße. Das könnte echt sein, dass wir hier jetzt schon welche entdeckt haben. Der Volke hat viel Spaß, man merkt es einfach. Der ist da grad so richtig am froh jochzen und jochzen mit den Barbaren da. Die haben schon in die Freundschaft geschlossen. Oh, für mich hört die jedes Mal schreien und jedes Mal, wenn die schreien, zucke ich hier innerlich total zusammen. Oh, ich hab das Gefühl, die sind überheil um mich. Gewalt. Ja, ich würd sagen, mein Start verläuft etwas glimpflicher als dein. Aber das kann ja alles ändern. Ich darf ja nicht so großkotzig werden, weil sonst kommt mir am Ende so ein Spinnviel entgegen oder so. Das wär... Das wär natürlich dann wahrscheinlich mein Ende. Buch, was wär das denn? Aber mit dem Glück, was ich hier gerade, äh, habe... Oh! Geht das wohl eher mir. Hä? Ich würd wahrscheinlich auch noch an Hunger sterben. An Hunger sterben... Wär... ...n bitterer Tod. Also nicht bitter im Sinne von, das wäre tragisch, sondern das wäre... ...bitter halt, im Sinne von bitter. Äh... Das ist echt hart mit dem H.U.D. aus. Ja, vor allem, wenn man, äh, doch richtig schwer wird's, wenn wir dann auf dem Feuer und was braten. Ah, stimmt. Da hab ich ja gar nicht drüber nachgedacht. Ähm... Wir fehlen Baumstämme. Hast du schon so eine innige Beziehung mit ihnen aufgebaut gehabt? Jaja, das ist... Ich bin... ...seelisch und moralisch schon am Ende. Oh. Okay. Äh, da müssen wir ganz kurz... ...ganz kurz uns mal noch so ein Ding bauen. War keiner nie genug haben. Wo war das gerade? Hier. So... ...klack. Ich meine, das wäre voll... ...ass hier eigentlich. Ich sag mal vor, der eine... ...du hast den einen schon richtig platt gemacht oder so. Also der ist schon fast am Ende. Und dann kommt hier dieses... ...eins von diesen Superviechern an und robbt einfach deine Base ein. Und du denkst dir so, shit! Das wäre natürlich... ...möglich. Übel. Möglich auf jeden Fall. Oh, irgendwie... ...möglich auf jeden Fall. Wollen wir mal hier weitermachen. Und natürlich... ...was wir uns gestern... ...das haben wir ganz vergessen zu erwähnen... ...was wir uns noch für eine Challenge gemacht hatten... ...ist folgende, dass die Zuschauer natürlich bewerten können... ...das liegt natürlich... ...kommt natürlich darauf an, wann ich seine Base finde... ...dass die Zuschauer natürlich immer bewerten können... ...ähm... ...wie die Base des Anderen aussieht... ...wie ihr die findet persönlich... ...was ihr meint, was die coolste Base von beiden ist. Ist natürlich auch was Schönes, dass wir keine verschiedene... ...Challenges einbauen. Wenn ihr vielleicht noch Ideen für die Challenges habt... ...dann könnt ihr das natürlich auch sagen. Das ist natürlich kein Problem. Genau. Ach, cool. Jetzt kann ich bestimmte Sachen in dem Buch gar nicht mehr anklicken. Ja, das hatte ich auch. Die Custom-Dinger, gell? Ja. Das ist so wie ein Bug, den habe ich auch. Das geht gar nicht mehr. Ja, das ist... Wollte ich jetzt doch Custom bauen? Ich dachte, Custom geht... ...Custom werden die Funktionen noch nicht. Ja, aber zum Beispiel das Custom-Dach... ...oder was weiß ich. Einfach mal drauf fahren, um... ...zelt schick aus, ne? Achso. Aber wenn mir funktioniert, das überhaupt nicht. Ja, ich konnte nur das Dach anklicken bei mir. Ja, ich kann mir gar nichts mehr anklicken. Achso. Also das Einzige, was ich anklicken kann... ...ja, nö. So. Dann auch bestimmte andere Sachen hier... ...gar nicht auswählen. Ja, manchmal hilft dir das Buch auf und zu machst, ...aber bei Custom konnte ich auch nur noch das Dach aussuchen auf der Seite mit dem 4-Dinger. Und ich weiß, es ist ein Bug wahrscheinlich. Der wird vielleicht hoffentlich mit 0,15 behoben. Hoffe ich. Ich hab's jetzt mal auf und zu gemacht. Jetzt geht nur das Dach. Ja, das Dach geht ja genau. Trotzdem nicht sehr viel. Ja, im Einzelspieler ging letztens alles noch. Ja, im Einzelspieler hab ich dann gar nicht ausprobiert, ob's noch geht. Also bei mir ging's letztens auch noch. Aber jetzt weiß ich's gar nicht. Ja, das hab ich mir natürlich alles ein bisschen anders gedacht hier. Ja, das ist jetzt hier alles so hinhaut, wie ich mir das gedacht hab. Das ist jetzt natürlich... So. Oh, das war's noch nicht geblendet. Ja, ihr seht, wir sind schon recht gut dabei eigentlich. Ich warte echt drauf, dass der Wolke uns dann irgendwann mal findet. Also, da wird auf jeden Fall recht lustig. Ich hab jetzt auch irgendwie kein Problem damit. Also, ich denke mal, wir werden jetzt drei Folgen aufnehmen erst mal. Wenn wir jetzt anderthalb Stunden aufnehmen, dann werden das drei Folgen. Und dann machen wir im nächsten Mal noch zwei und dann legen wir richtig los. Ja. Ja, toll. Ich hatte jetzt hier den übelsten Masterplan für meine Base. Der wurde soeben zunichtig gemacht. Because? Wer ist schuld? Ja, naja, durch diese Custom Foundation und alles, was ich jetzt nicht mehr bauen kann. Ich bin da ja sowieso immer einer, der... Das muss dann halt auch schön aussehen, ne? Das darf nicht nur zweckmäßig sein, das muss auch schön aussehen. Also, es wird nicht schwer sein, die Wolke zu finden. Da steht dann noch so ein gigantischer Palatz irgendwo. Und ja. Da hatte ich jetzt schon eine übelst gute Idee. Hatte jetzt in der Nacht auch... ...so ein paar Blueprints schon... ...macht hier und da, und ja. Jetzt geht's nicht. Das... Ach, der Wolke hat schon ein schweres Leben. Zum Abschluss, das, was mir zum Abschluss, äh, was ich da gebraucht hätte, das ging natürlich nicht. Das dachte ich mir auch so, gut. Danke. Warum sollte das bei mir jetzt auch funktionieren? Ja, das... Das wäre ja jetzt Quatsch. Das wäre ja völlig abgehoben, das wäre ja... Ja, somit bin ich meiner Base wieder mal... ...kein Stück näher. Kann es sein, dass man, wenn man Bäume abgeschlagen hat, dass man da nichts dran bauen kann? Also, angeschlagen meine ich so ein bisschen. Das kann sein, ja. Ja, ich denke mal, es wird ein weiterer Tag hier vergehen, in dem ich meine Base nicht zustande bekomme. Das klang so, als wenn er recht behält. Ei, 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 ei. Lauf ich hier gerade lang? Ja. Ist hier so ein... Ist hier so ein Typ vor mir rum? Ey, ja, ja. Das klingt... ...gewollt. Ja. Genau so gewollt wie eine Schwangerschaft bei einer 12-Jährigen. Achso. Ja, Wolke, gibt uns hier vollkommen neue Einblicke in sein Leben. Ähm. Ja. Gott. Jetzt hab ich... Ey, das war jetzt aber Horror pur für mich zwei. Oh, nee. Schock meines Lebens. Dann kann der ja auch weg. Ja, 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 lieber Wolke, so ist das. Alter, ich bin nicht... Ich überlege die ganze Zeit immer, was ich sage, weil, wie gesagt, man darf halt jetzt nicht zu viel verraten, man nimmt, was man macht auch. Das ist ja natürlich so ein bisschen die Challenge dabei auch, dass man verschwiegen arbeitet. Über der Stasi. Ja, ich sag mal so, du musst ja nicht verschwiegen arbeiten, aber das... Würde sich dann doch anbieten. Ja, mach mal so, um deine Base versteckt zu halten. So, nimm mal den denn noch. Geht das nicht? Doch. Okay. Ja, also momentan ist es noch ganz ruhig, mein lieben Zuschauer. Hast du irgendwelche Themen, über die man reden könnte so? Tragische Unfälle? Barbaren, die kann man Barbaren gut umgehen. Es gibt übrigens gar keine Barbaren hier, es gibt nur Kannibalen und es gibt nur Mutanten. Ich sage auch mal Barbaren, aber es sind eigentlich nur Kannibale und Mutanten. Kannibaren, Mutanten, Mutanten, was auch immer, auf jeden Fall die, die dich hier die ganze Zeit mega belästigen. Rehe. Ja, auch, ja. Werde ich das los? Äh, Seuchen verbreiten soll helfen. So, und... Okay. Vielleicht doch irgendwo noch, war das hier? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich vielleicht wirklich in deine Richtung gerannt bin. Ich habe keine Ahnung. Weil? Und Baumstümpfe. Das kann nicht sein. Was? Baumstümpfe? Ja, hier sind einfach nur Baumstümpfe. Also, wo was abgeschlagen wurde. Das kann eigentlich nicht sein, weil wenn du Baumstümpfe sehen würdest, würdest du auch meine Base sehen. Ja, ich... Mann. Ja, ich weiß ja nicht, Pflicht. Hier vorhin auch nur Dank gerannt. Ich habe keine Ahnung. Also, ich habe noch nichts abgeholzt, was nicht in meiner Base steht. Deswegen kann ich mir das gerade jetzt schwerlich vorstellen, dass du irgendwo Baumstümpfe gefunden hast. Ja, dann gehen wir einfach mal davon aus, dass das nicht von dir ist. Weil es war auch nicht von was sonst, aber... Das würde mich jetzt sehr wundern, sag ich es mal so. Wenn da nicht meine Base sehen würde, das ist genau daneben. So, wow, das war knapp. Falls wir uns jetzt doch begegnen sollten, dann... Ja, uns mal was anderes überlegen oder so. Keine Ahnung. Ja, falls wir uns jetzt wirklich so schnell begegnen sollten, dann ist es wundervolllich, dass du immer noch rumläufst. Das ist ja die Sache, weil du musst... Ja, ne, ja. Du hast nur drei Folgen Zeit und ich meine... Also zwei Folgen sind bestimmt schon um jetzt, ne? Ne, fünf Folgen hast du Zeit. Zwei Folgen sind bestimmt schon rum. Ich meine, das ist ja nicht so schwer, sich einfach mal irgendwo niederzulassen. Oh doch, glaub mir. Ich habe jetzt auch nicht... Ich habe jetzt auch nicht über die sicherste Stelle genommen, ich habe einfach irgendeine Stelle genommen. Ja, wenn die halbe Nacht von irgendwelchen Scheiß Barbaren da verfolgt wirst, äh... Eingewohne... Eingewohne... Da war jetzt noch nicht so viel Zeit für mich und ich hier, äh... Ja, da solltest du was im Beil also, ich meine, es ergibt ja auch keinen Sinn, wenn du überhaupt noch keine Base hast und ich gar keinen Sinn habe, deine Base zu suchen, weil du keine hast. Das wäre ja schon creepy. Ja, übrigens auch die... Was meinst? Wir hatten ja überlegt, das haben wir noch gar nicht weiter besprochen, dass wir verschiedene Base machen können. Wollen wir uns das zusammenhalten... Wollen wir da sagen, maximal drei Base, die wir machen können und dann... Ja, was zählt so als Base? Also als Base zähle ich ein... eingerzeugtes Gebäude, also wirklich ein Wald drumherum und dann da drin, also drei Welle. Und dass am Ende sechs kleine Forts haben, sag mal so. Ja, gut. Gut. Sie haben ja bei mir eine Base und hier würde ich sagen, drei jeder und dann ist auch die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man einer von den drei findet, weißt du wie? Ja, das geht gut. Ich sehe da gerade was. Ähm, dann müssen wir mal ganz kurz... So. Ah, fuck. Genau das wollte ich nicht. Ähm, Jago werden das ein bisschen Leben verlieren. Mach dir ja nischt. Super. Ich sehe es schon, komm, ich tapse gleich lang und plötzlich... Bum. Jetzt hörte mal auf zu laufen und sucht, baue dir eine scheiß Base auf. Du riskierst es doch geradezu, dass du das, dass das passiert. Ähm. Ist natürlich auch sehr geil, dass ich jetzt keine Anzeige habe, wie ich das aktiviere. Das ist natürlich auch super geil. Deaktivieren. Willst du nur jetzt aktivieren, hast du jetzt schon irgendwelche Fallen hier gebaut, oder was? Na klar, Bombenfallen und so weiter zu. Auf die Idee kommst du meine Base zu finden. Ich war schon unten in der Höhle. Das... Hä? Ist das ein Bug jetzt so, oder? Ich muss mal ganz kurz das H und D anschalten. Ich werde auf den Boden gucken, ich werde dich also nicht sehen. Jetzt geht's auf einmal, okay? Na gut. Äh. Aus. So. Also kannst du ja gerne im Netzwerk nachschauen, ob ich dich gesucht habe oder nicht. Also ich habe gerade nur die... dieses Ding aktiviert, weil ich keine Befehle dafür bekommen habe. So. Das Geräusch klang nicht so, als wenn es von mir gewesen wäre. Was für ein Geräusch? Ja, als wenn hier was rumläuft. Ich höre gerade hier gar keine Geräusche. Ich hoffe mal, das bleibt auch so. Wenn du Baum fällen hörst, dann bist du definitiv falsch. Daran solltest du am ehesten erkennt, dass du nicht in dieser Richtung sein solltest. Aber ich habe das mal ausprobiert auf dem Multipleer-Server, weil ich glaube... Hier gehört gerade gar nichts. Ja. So. Ich glaube... Oh, okay. Machen wir es mal, das ja? So. Ja, wie gesagt... Ja, ich bin ja vom Flugzeug weggerannt, aber wie gesagt, ich hatte dann kurzzeitig auch mal meine Orientierung verloren. Ja. Wir müssen uns auch mal waschen. Wir sind leicht... ...befleckt. Und dabei ist es nicht bei Wolke. Wo? Oh, oh, da. Da, da. Baumstümpfe hier, die haben mich jetzt ja doch noch leicht verunsichert. Ja, wunderbar, dass du Baumstümpfe gefunden hast. Vielleicht ist es... Hast du schon mal geguckt, warst du zufällig schon mal in der Nähe von da, wo wir letztens unsere Behausen hatten, ob da noch das Haus steht? Nee, das ist weg. Ah, okay. Glaube ich. Also, ich sehe zumindest keinen Homebutton mehr. Na gut, da ist das zumindest weg. Ähm... Und wobei ich den Homebutton sehe... Weiß ich nicht. Kann ich ja vielleicht... ...wieder mal nachschauen. Falls ich da mal in die Gegend komme. Wo war das jetzt? Hier war das? Ich weiß doch nicht, wo ich hier bin. Okay, dann nehme ich mal den hier noch. Hier irgendwo, in Dürkenbo. Das ist gut. Also, ja. Ich denke, der Wolke, der wird... Wir werden einen sehr großen Vorteil gegenüber dem Wolke haben. Obwohl er mit einer besseren Inventar gestartet hat, aber... Wir werden da, glaube ich... Ähm... Ein bisschen... ...im Vorteil sein. Was? Ja, mir ist praktisch der erste... ...oder, der Starttag ist mir ja komplett flöten gegangen. Ja, wer weiß, wo du dich niedergelassen hast? Oder du versucht hast? Ja, das ist ja auch noch mal nicht. Wahrscheinlich irgendwo, wo... ...der krasseste Spawn ever für... ... äh... ...barbaren ist. Äh, oder Mutanten, oder was weiß ich. Genau da hat er sich niedergelassen.